willkommen zu einem kleinen sims video ich habe mir heute überlegt dass ich weil wenn ihr auf youtube mal let it glow also wie bei let it go und dann halt g l o w statt go eingibt dann gibt so feuer elsa und die singt dann das lied let it glow und ich habe mir heute überlegt einfach mal feuer elsa in jenny zu erstellen jenny ist meine meine sims ich habe noch selina und lukas und ja ich würde sagen wir fangen mit dem gesicht an also es ist meine fantasie feuer elsa also ist nicht wirklich nachgestellt dass dem musikvideo der hat natürlich rote augen genau das für ich alles so ein bisschen jetzt zu groß die gehen mir ein bisschen zu weit noch ich glaube muss ich ein bisschen was korrigieren oder nehme gleich andere das dafür augen ausfall gibt da aus allen augen könnte kuppel kuppel auch verkleiner oder vergrößern das crazy aber ich könnte jetzt auch theoretisch spielen oder weiß ich lassen wir das mal ich kann ja auch mal sehr wütend werden dass ich finde also sie ist jetzt nicht das gemeine das böse aber ja jetzt kommen wir zu den haaren und oder gleich oder gleich kommen wir zu den haaren oder ja da weiß ich schon welche haare ich nehmen wenn ich sie finde und zwar sind es suchen genau die da denn wenn ich bin ich will also mit zur hohen streben drin ich bin jetzt hat er ihn vielleicht zopf und dann ja und geileid sich auch schon dass in rot ja dann noch vielleicht diese anbänder oder nicht das was komplett schuhe sind ja eigentlich gar nicht sieht man ja eh nicht aber könnten jetzt auch einfach mal so einfach nehmen also ich finde sie sieht so eigentlich ganz okay aus hier fällt es erst jetzt auf dass das das in diesem stellen links vom star blau grün ist naja ich würde sagen wir beenden damit diese folge und dann würde ich sagen auf wiedersehen oh halt 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 ich habe noch was vergessen zu sagen was ganz wichtig ist und zwar habe ich es voll verschwitzt diesem mit mon und sister und bitte verzeiht mir dafür ich werde versuchen es wieder gut zu machen indem ich ja machen wir bei 100 abonnenten ihr schlägt was jetzt in den kommentaren vor was ich bei 100 abonnenten special machen könnte und ich schreibe es mir dann auf bis dann auf wiedersehen jetzt wirklich